Ein Bick! Ein Bick! 19. Spielblumen Hier sehen wir noch einmal die Zeitlupe. Da ist da Ding drin und ich glaube der Pops ist gelutscht. Tor für unsere Mannschaft, Tor für Schanke. Lose wieder! Und ein schöner Feisstoß, unser 35-Fúng, Und hier sehen wir ihn im Bild. Marcin! Gar nicht sie! Marcin! Gar nicht sie! Boah, ich muss da nicht schlafen! Für! Habe ich nicht gehört. Schalke! Für! Hälter! Für! Für! Für!